Im folgenden Video zeigen wir Ihnen, wie Sie im GSN Sync Publishing Tool nach einem bereits erstellten Artikel suchen können. Nach dem Einloggen klicken Sie zunächst auf Artikel in der Menüleiste. In der linken Spalte befinden sich drei Suchoptionen, die Textsuche, die erweiterte Suche und die intelligente Suche. Mit der Textsuche können Sie freie Begriffe eintragen, um zum Beispiel nach der Funktionsbezeichnung oder nach der Cheatin, das ist die Global Trade Item Number eines Produktes zu suchen. Um die erweiterte Suche zu verwenden, klicken Sie zunächst auf Bearbeiten. Hier ist es möglich, nach bestimmten Attributen der Produktinformation, wie zum Beispiel der Artikelebene oder der Artikelkurzbeschreibung, zu filtern. Die intelligente Suche ermöglicht Ihnen, eine Suche in bestimmten Zeiträumen oder nach einem Publikationsstatus zu filtern. Sollten Sie ein Suchprofil mehrmals verwenden, ist es Ihnen möglich, dieses abzuspeichern. Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Team von GSN Sync gerne zur Verfügung.